hup 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 Uaah Ja, go jetzt hier ja, wird auch mal Zeit hier Oh, Hospitall Nice Boah Hospitall Boah, direkt mal eine gute snart hier ist es schwer eingestellt? Mhm Ja Ja Hospitall ist meine Aufschluss Eeeey Stammt wieder so Ugrowthonkel Die N-Achse Uoah Uoah Extra für Baller-Achsen Boah. Alter, nenn ich Marxo-Dumensgebot. Das ist mein Sohn, mein Sohn. Das macht Spaß, Alter. Alter, mein Sohn, mein Baby. Ein Ohr jedem ist dir allein in Scholle schenken. Pfff. Boah. Ich sag dir ehrlich. Boah. Pfff. Boah. Pfff. 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 Hm. Boah. Boah. Meinst du? Meinst du? Meinst du? Meinst du? Meinst du? Pfff. Ja, die ganze... Ja, die ganze nette mach aufhäter. Ich fick deine Mutter den ganzen Tag. Pfff. Oh, hier ist die Tür offen, Rico. Warum kriegen wir nie Karten eigentlich? Das nervt. Immer Witcher-Bretter. Aber diesmal weiß ich nicht. Sag mal, so ist das ja normal und gestern lag er am Boden. Ist doch witzig. Oh, hier ist ein Schub. War der Schub hier schon immer am Boden? Ey, der Bücherregal ist echt immer umgekippt. Jaja, aber nicht ganz auf dem Boden. Jajaja, stimmt, stimmt, stimmt. Und lag der schon immer auf dem Boden? Ja. Hä? Nein, oder? Das ist mir neu. Irgendwie ist das komisch. Oh, doch. Ja. Sag mal auf. Okay. Ich hab die Videos doch gesehen. Ich bin jetzt echt auch gedacht, wir kochen woanders. Ich dachte, mein Licht ist ja wieder aus, dass ich nicht kaputt bin, oder? Boah. Kommt druf an, druf. Meinst du, unge? He? Er hat's so wechseln. Er ist doof so. Er ist doof so. Crazy. Crazy. Crazy 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 Geht nicht mehr Ro Romania Ah, der ist Flur Der ist Flur Okay, okay Er ist bestimmt im Flur Zelt vom Flur Vielleicht, wenn er da mehr Action macht, ja? Guck mal hier vielleicht Was ist da? Was? Der Hohenschon macht Licht an und aus Das war solltet dann, oder nicht? Für die ganze Zeit den Lichtschalter Die haben schon einiges wieder neu gemacht Die machen diese extra Änderungen, damit man wieder Schiss kriegt Wo, wo war der Lichtschalter? Ich hab'n Lichtschalter die ganze Zeit gehört Ja, ich auch Ja, der hat uns gehört Ghost, where are you? Ja doch, ich auch, der hat uns ein Ding gegeben Der hat hier jetzt irgendwas geschmissen, ich hab's gehört Also er meinte, er hat uns Zeichen gegeben Ich hab' ja gesagt, gib mir ein Zeichen Hier! Wesen Ja, der ist hier, Digga Ghost, show yourself, du wirst es sein Ghost, I love you, you are here, baby Das geht bereits Ey, Selim spielst du immer logisch, Jalla Nein Selim Geilster Song Achso, wegen dieser Walle, Walle Ja, Mann Hast du das als Start-Sound? Oh mein Gott Komm, Walle, Walle Das passt Okay, nochmal Passt bitte auf, ja? Ghost, where are you? Ey, ich hab'ne Tür gehört Wie passt das auch? Ghost, where are you? Ey, ich hab'ne Tür gehört Ey, Selim Ghost, give us a sign Ja Hast du gesehen, Digga? Grape 2.0 Classic kommt wieder Zero Ich weiß Warum steht da wieder Classic? Ist es wieder Minze, Digga? Die Alte? Ich bin da mit der ganze Zeit Alla Warum? Aber du kannst das Licht an und aus Die machen Türen auf Ich mach' die wieder zu Ey, Riko Ey, Riko Riko Jetzt wieder das Licht kaputt Riko Moris? Ey Riko Riko Warte, relax, mein Schirm Oh mein Gott, ist der leise bei mir Man So, jetzt Riko Hallo Warum muss wohl, jetzt wird das Licht gelaufen Jetzt Ja, Riko Hallo Ja Und du hast gewusst Ja, Mann Nur Hunde haben heute gewusst Nur Hunde, genau Hehe Und Katzen Also Genau Ja, okay Trotzdem herzlichen Glückwunsch Oh, danke Siebtes Hundejahr Ich bin auserwählt, ich bin auserwählt Ja, ja Genug Ja Ich bin so ausmäh Ja engages Ich tänker Ja Ich hab auch schnacken Ich muss die Stämme und Bruder, die ganze Zeit irgendeinen Staub, Bruder, in meinem Nase. Du hast einen Staub. Ja. Du hast hier mein Lowe. Du hast hier mein Lowe. Du kannst hier Wasser sein. Du kannst hier was sein. Wer hat mich versiert? Ja, Mann. Ich glaube, ich weiß, wo der... Du kannst hier was sein. Du kannst hier was sein. Oha, was er sagt. Er sagt einmal, du hast keine Rechte. Was vermutest du, Rico? Der ist hier hinten. Hey. Der hat aber das Licht kaputt gemacht, oder war das einer von euch? In diesem größeren Raum. Ich mache hier gerade alles kaputt. Ich weiß auch nicht. Warte mal, du machst alles kaputt? Rico. Aber das Licht geht nicht kaputt jetzt. An, aus, an, aus. Warum geht das Licht hier nicht kaputt? Ich habe das auch gemacht. Na super, jetzt hat er es aber ausgemacht. Das war jetzt nicht ich. Molo, Molo. Ghost, where are you? Give us a sign. Show yourself. Kleiner hoch. Kleiner hoch. Kleiner hoch. Ich finde das nochmal vorgroße nicht, wenn da der Ball runtergerollt kommt. Nein! Dein Vater kommt zu mir, ne, 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 ne. Dein Vater kommt zu mir, ne, ne, ne. Hier oben ist das Licht komplett kaputt. Ghost, where are you? Give us a sign. Show yourself. Ich habe kaputt gemacht, außer sehen. Ach, du warst schon hier? Ja. Und dann kann er noch Luba, du hast ja überall kaputt gemacht Supercat Ja, ging einfach kaputt Ich wollte vor allem machen Pfff Hier, komm her Hier im Flur, ja unten bei Exit Also doch hier Irgendwo hier Oder hier Vielleicht hier in dem Raum Ne, glaub ich nicht EMF2 Schau mal hier, den Salz, Digga Wie Salz, Digga EMF2 war grad hier, dann lassen wir halt mal den Raum hier Wärts hier zugemacht, oder? Wärts hier zugemacht, oder? Ich hab nur geguckt, ob Fingerabdrücke sind Der ist hier Wo? Hier außen? Okay, also nicht in dem Raum Genau hier in dem Umfeld ist er Genau hier Ghost, do anything, schau los auf Do anything, do anything, ghost Do anything Do anything Ey, Bruder, Yasin Hm Bruder, ich hab so ne einfacher Welt 8000 Züge Doppelapfel Oh, Digga Bruder, du weißt ja, ich mein Doppelapfel Er redet da gar nicht aus, wenn jemand da ist Ja, ja Bruder Oder nur allein Allein Die hat einen Durchzug Ghost, hello Chef Bruder, du ziehst ab Du ziehst, als würdest du atmen, Bruder Original so Oh, dann ist geil Aber die quits halt Talk to me Ah, aber konzentrieren To me, to me, to me, to me Hallo Das ist die erste Doppelapfel, äh, Bane, die ich gefunden hab Die wirklich nach Doppelapfel schmeckt Ich hab mich erschrickt Oh, die schmeckt so geil, Wallah Appelapfel? Appelapfel? Ja Ich hab mich erschrickt Oh, die schmeckt so geil, Wallah Ey, ich hunted der Hurensohn Oh shit, er hunted Von wo kommt er? Er hunted Oh, er hunted Oh, er hunted Der braucht aber schon ganz schön lang Dass er da ist Der hat mich gefickt Der kam, glaub ich, hier raus Weil ich hab den, der Irgendwo Wie, bist du tot? Nein Cool, Kreuz Äh? Gay, der kam aus dem anderen Raum Ja, der war hier irgendwo Der ist doch dort Ich hab keine Ahnung Wir gucken jetzt mal Von wo kam der? Aus dem Raum, wo das Licht nicht mehr geht Ganz am Anfang Der zweite Raum rechts Oh Ich hab ja noch ne volle Dose Doppelapfel, glaub ich Ich nehm jetzt mal ein Fluflo mit Dann können wir gucken, wo Action geht Ich auch doch Bruder Bruder, ich hab noch voll viele Dosen Ja Ich hab mix 2-3 Dosen Was so fruchtig angeht Dann habe ich Meine Gregdose ist schon leer Was? Boah, ich hab Pille genommen, Alter Ich musste Pille nehmen Eine Dose Doppelapfel Bruder, die ist richtig intensiv Weil, Bruder, der Doppelapfel, der hat sich schon jetzt Dann hab ich den Schon seit Mehreren Monaten, Bruder Der hat sich so heftig eingezogen Hört sich gut an, Alter Und das höre ich ja auch bei deinen Wenn du Grade 2.0 wieder von Dings holst Von Holzer Ja Ja Wenn du die misch Lass Misch direkt alle Und Schreib drauf 1 2 3 4 Mach ich doch, Digga Ich sortier das immer Nein, nein, guck Wenn du Das sind ja da sind Dosen, weißt du Dann kannst du Dann weißt du Welch davon am längsten stand Ich weiß doch Die Die, die am längsten stand Die wird Horst mal geil erschwingt Ey, ich weiß Ich hab die Dosen, die seit einem Monat gemischt sind, Digga Ich bin nicht dumm Bruder, das sind original geil Und ich freu mich dann wieder auf Schwarzen Tabak Achso, Dark Blend, Digga Ja, Mann Jetzt ist wieder 19 Euro Ja, Mann Was ein Preis Oder wirklich Einfach Und viel besser als damals, muss ich sagen Ist aber Fakt Wie meinst du? Viel besser als damals, wo fertig war Einfach mischen, fertig Schatz, 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 da hinten ist Ja, wo fertig war Kommst du einfach direkt rauchen Oder hier musst du halt warten Das stimmt Das stimmt, ja Wo ist der? Hä? Digga, will der mich verarschen? Ich glaub, der Salz hat dich grad gerettet, Alter Ja, ja, ja Ich glaub, der ist dann hier Pfff Der kam doch aus der Tür hier raus Ah, da, 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 da Er kommt wo ganz anders Was? Ich hab keinen Gräu... Ja, Digga, schon wieder so'n Geist, ne? Äh, ah, gerei... äh, Salz Wo... Er kam von links Treppe Der wechselt die ganze Zeit Ah, hier EMF Hier, hier Der ist hier Der ist hier? Normal, Bruder Was soll ich sagen, Bruder Hä? Hier EMF, hier, hier Hä, der ist hier Hier, hier war er So in der Umgebung Da wo das Salz ist, Alter Aber der ist doch nicht da gespawnt Ja, der ist ja vielleicht erst nach hinten gerannt oder so Ey, das Typ, na, ich... Diese Runde geht mir mal auf den Sack hier Machen wir die Tür zu Wenn es so weiter geht, werden wir sterben Weil wir noch pillen Die Frist geht der mir auf den Sack, Alter Der, der ist schnell Von dem können wir nicht wegrennen Einfach so Oh, ich bin schon wieder auserwählt Erntet Da ist er WTF, mein... Der Game hat voll gehängt Ja, mein Gott Ich lauf nach hinten und bin auf einmal wieder da Wo ich losgelaufen bin Ich hab auch stark Hä? Krass, das war aber dann grad, glaube ich, das Game Oh, mein Gott Okay. Ah, mein Name. Pitch. Ah. Ah. Okay, der. Hallo. Du hast doch gleich ne Melodie vom Tod vor. Du hast doch nicht gleich solche faxen. Okay. Ja, der. Was haben wir denn alles für Beweise hier jetzt, Alter? Nichts. Nix. Bäh. 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 Er geht direkt auf Toten. Hä? Nee, also hier ist er nicht. Hä? Hä? Wollen wir auf Toten? Was? Na, weil der tot ist der Geist. Aber vielleicht sind seine Eltern nicht tot? Aber er ist tot, deswegen? Er geht direkt auf den Toten? youthsineren auf seine Mutter, ja. Nein, nur auf den Toten. Nein, er hat Hurensohn gesagt. Ja, er und deswegen hab ich gesagt, er geht direkt auf die Toten. Aber er ist auch damit auf seine Mutter gegangen Ja Ja na und, ich hab aber ihn gemeint, hä? Aber er hat seine Mutter gemeint Ja, schluss, gell, ist auch nur ein Sohn Hä? Wie kann sein Mutter ein Sohn sein? Der ist hier irgendwo Der hat mir gerade irgendwas gegen den Kopf geschmissen Ich sag's dir ehrlich Wo bist du? Ja, langsam nervt mich der Hier Hier, er ist buntierbestimmt Guck mal hinter dir Nein, der ist oben Der ist oben Der ist oben Hä? Ja, der ist oben Deswegen kam der von links Soll ich ihn ficken? Ach Dega Hier, der ist hier Der ist hier Guck mal, der liegt da Also EMF mach ich weg Ja, ja Heilige Scheiße Jetzt hat er keinen Bock mehr auf uns I'm here Der hat auf mich eine Klaff geworfen Ja, hat er auch mit mir Gemacht Was ist das denn für ein Wichser? Ich will das haben, ihr deutsches Ich liebe es Dieser Wichser Geh mir auf ihn zurück Ey, Fingerabdruck Po, 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 po EMF mach mal weg bitte, weil EMF ist gar nichts Ja, wir haben Fingerabdruck Hey Hallo Der Hunter Mein Kreuz ist weg Holy shit, wie schnell ist der? Geh mal Geh mal Pillen schlucken schnell Was? Geh mal Pillen schlucken, aber ganz Geh mal Pillen schlucken, Alter Eieieiei Eieiei Memo, der Memo Ich stelle oben Stoffelei hin, vielleicht mal der Warte mal, bis ich draußen bin Alter, der ist brutal schnell Ja, den können wir vergessen Der fickt uns Auf jeden Fall haben wir Fingerabdruck Und zwar hier gerade in die Tür rein, Schatz Wenn du hier in die Tür reinläufst Hä? Hast du gehört? Da ist, glaube ich, in der Tür drin Okay, dann hören wir nichts zu Ich hab Angst, schimmer Ich hab Angst Wir sind gefickt, wir haben kein Wir haben kein Ding mehr Kein Kreuz mehr Doch, Tabletten Okay, er kommt, er kommt Ich werde mich verstecken Meinst du, es bringt was? Du hast nur 1% sanity, warum gehst du da hoch? Weil, wenn das nichts bringt, zu verstecken, ne? Dann fick ich den Geistiger, weil es ist scheiße Das ist nicht fair Bastard Weil der hat mich nicht gesehen Wenn das ist ein Geist, er bringt nichts zu verstecken Ich nehm übrigens, by the way, ne Kerze, ne? Dann verlieren wir, äh, keinen Sinn mehr Ey, er stimmt Ich nehm immer Kerze viel lieber mit als Warum spielen wir eigentlich nicht nur mit Ketzel, weil ich wär ja dumm eigentlich Ja, ist ja auch einfacher, dann verlierst du keine sanity Ich glaub, wir spielen zu viel mit Licht Deswegen sterben wir auch Okay, also Der ist brutal aggressiv, Alter Der ist brutal aggressiv Aber verstecken bringt was Bist du zäh? Hat das der immer noch? Ich gucke, ich komm grad rein Schon wieder Ja, sag mir, ich kann ja nicht wissen, ob die Tür auch zu ist Ich geh vor der Tür, ich warte Also, wir müssen wir immer rein und dann direkt verstecken Weil verstecken bringt was Bei dem Bastard Gute Nacht Gute Nacht Ja Gute Nacht Noah Und? Und? Gute Nacht Jäger Jetzt Jetzt muss es vorbei Schnell, schnell, schnell Oh my god Geh, versteck dich, versteck dich Alter, hey, du hast doch genug sanity Ja Das ist ein Hohensor Nicht normal, nicht Revenant haben wir Guck mal Revenant ist aggressiv Revenant sind als sehr gefährliche, unberechenbare Geister bekannt Abhängig von deiner geistigen Gesundheit können sie dich jagen, wenn ihnen danach ist Sie sind sehr instabile Geister und somit sehr unberechenbar Wenn er sich dazu entscheidet, sich ruhig zu verhalten, kann er dir die Suche nach ihm erleichtern Mh, naja, nicht wirklich Der Typ rasselt aus Sie sind dafür bekannt, dass sie an nichts anderem interessiert sind, als an der Beute, die sie im Visier haben Ja gut Sie werden viel aggressiver sein, wenn sie ihre gewähltes Ziel jagen Sollen wir die Kamera oben aufstellen und beobachten? Kann man machen Besser Oder Selimanna, hallo Ja, eigentlich schon Wo? Warum hast du alle Pillen genommen? Ich hab nur zwei genommen Ich bin drogenwürdig Das ist nur noch einer Du hast doch eine Ja, reicht eine, oder was? Ja Onryo Onryo verliebt sich, ne? W-reit-w-re-re-re-re-re Ist als eine Art Geist bekannt, dass sein Schlaf sehr liebt Er mag es nicht geweckt zu werden Weckst du einen auf, musst du die Konsequenzen dafür tragen Stärken Es ist sehr wahrscheinlich, dass er während der Wachzustandjagd in der Geisterbox hat Er wird nicht aktiv während Erschlärung Nee, ist so nicht Onryo Safe, Onryo Gefrier Echt, haben wir gefriert? Hä? Nein Mit seiner besonderen Fähigkeit kann ein Onryo die geistige Gesundheit der Menschen in seinen Umgebungen rasch beeinträchtigen Ja, stimmt Dieser Geist ist äußerst gefährlich Er kann seinen Verstand manipulieren und dich jederzeit töten wollen Er ist bekannt, dass er sehr schnell geht Ein Onryo geht verdammt sehr schnell Ey, der Typ bringt nix, Alter Ja, dann lass uns Onryo wählen und dann einfach heimfahren Ich glaube, es ist ein Onryo Also, ja, so lernt man ja auch, ne? Onryo wäre noch EMS 5 und gefriert her EMS 5 hab ich weggemacht, weil das ergibt keinen Sinn Du warst aber unten und nicht oben Ja, und ich war oben Oh, wenn du meins Es könnte ja sein, ich weiß es nicht, rat' ihr einfach nur Ja, wir sterben so oder so, weil bei dem kriegt nix Das ist ja der Sinn bei der Sache bei schwer, du musst raten Wir werden nicht alle Beweise bekommen Nur zwei Stück Ja, zwei Stücke, aber ja Also, ich tippe jetzt Äh, Onryo Und dann fahr ich heim Ist das noch am handen? Ja, natürlich Aber jetzt spiel wir nur mit Kerzen, ne? Ja, Mann, viel besser Kerzen Rico, huntet ja noch Jetzt Äh, jetzt sehe ich dich Oha Achso, jetzt dachte ich schon, der huntet wieder Ja, weil mit Kerzen verlierst halt keine Sanity Das ist ein Huren, so, aber ich wusste es Nur Poltergeist, hä, als ob Hä, was? Ja? J Get stelle ich weiß, heißt echt needle